Das ist eine Wahrheit, die jeder kennt. Jeder weiß über diese Wahrheit Bescheid. Aber der Beste von denen, die diese Wahrheit Bescheid wissen, sind die, die sich vorbereiten für diese Wahrheit. Und die Besten, die wissen, dass sie zurückkehren zu Allah, sind die, die am wenigsten Sünden haben. Und die, die am wenigsten Sünden haben, sind die, die die Gefahr der Sünde erkannt haben. Weil viele begehen tagtäglich Sünden. Jeden Tag. Aber wenige denken daran nach, also wenige denken an diesen Spuren von diesen Sünden nach. Ganz wenige. Weil er macht Sünde und hofft auf Allah, subhanahu wa ta'ala, die ganze Zeit, dass Allah ihm verzeiht. Aber er wiederholt die Sünde die ganze Zeit. Dies beweist, dass er die Hoffnung falsch verstanden hat. Was bedeutet Hoffnung hier? Sayyidina Ali sagt, Beweis, dass du auf Allah vertraust und Hoffnung auf Allah, subhanahu wa ta'ala, Barmherzigkeit hast, dass du in diesem Leben handelst nach dem Gesetz von Allah, subhanahu wa ta'ala. Und du hoffst, dass Allah das, was du getan hast, akzeptiert. Wie die Geschichte mit dem Schneider. Ein Schneider, ein sehr tugendhafter Mann, ein Schneider war das, kam ein Mann zu ihm und bittet ihn, um einen, dass er für ihn einen schönen Gewand vorbereitet, schneidet, näht. Und dieser Mann hat gesagt, okay, der andere besteht, sagt die ganze Bitte, es soll so aussehen, es soll so schön aussehen, es soll so geschmückt sein und so. Und der Mann hat gesagt, mach dir keine Sagen, ich mach das schon. Also der andere bestand darauf, dass es gut aussieht. Dieser Mann, der Schneider, hat sich bemüht dafür, Alhamdulillah. Und hofft natürlich, dass es ihm gefällt. Er hat seine Mühe gegeben, hat sich angestrengt. Als der andere kam und sieht diesen Gewand, er war unzufrieden. Denn der Schneider hat angefangen zu weinen. Der andere sagt, es ist okay, es gefällt mir, es reicht, du musst nicht deswegen weinen. Er sagt, du armseliger, ich weine nicht deswegen. Jetzt achtet auf die Menschen, die einen verstanden haben. Menschen, die lebendige Herzen haben. Sie haben in allem, was sie sehen, eine Leere. Also Tuba für denjenigen, derjenige, der immer, wenn er etwas sieht, eine Leere daraus sieht. Dieser Mann hat geweint, sagt er, warum weinst du denn? Er sagt, ich weine, weil ich gerade daran gedacht habe. Ich habe mir Mühe gegeben, meine Anbetung. Ich habe mich angestrengt, nachts gebeten. Ich habe gefastet, Montag und Donnerstag. Drei Tage im Monat habe ich gefastet. Ich habe gebetete Pflichtgebete gehalten. Ich habe versucht, tugendhaft zu sein. Ich habe das Gute geboten, das Schlechte verboten. Ich habe gespendet. Ich habe Almosen verrichtet. Ich habe alles getan. Ich habe mir versucht, Mühe zu geben, um diesen Taten zu verrichten. Und ich sage, jetzt hast du mich daran erinnert. Was ist, wenn ich am Tag der Abbrechnung komme und stelle diese Taten Allah vor? Und Allah sagt das Gleiche wie du. Nein, Abi, diese Taten gefallen mir nicht. Daran habe ich gedacht. Was soll ich denn Allah sagen? Denn der andere hat angefangen, mit zu weinen. Der andere hat angefangen, mit zu weinen. Das heißt, man soll die Hoffnung nicht falsch verstehen. Es gibt den Unterschied zwischen zwei Menschen, die ein Grundstück gekauft haben. Der Erste bearbeitet diesen Grundstück. Er macht diesen Grundstück sauber. Von Steinen, von Unkraut, von allem, des ganzen Müll, was da drin ist. Er bearbeitet diese Erde. Und dann gibt diese Erde ihre Medizin. Und dann, wenn er sieht, sie ist bereit. Er sät in dieser Erde, in diesem Grundstück. Und dann betet zu Allah und hofft, dass es regnet. Und dann, als es geregnet hat, hofft, dass diese Erde ihre Früchte gibt. Er sagt, das ist selbstverständlich. Das ist real. Seine Hoffnung ist verständlich. Aber ein anderer hat sich ein Grundstück gekauft und hat das so gelassen, wie sie ist. Und sitzt zu Hause und hofft, dass er Früchte bekommt. Das geht nicht. Das ist der Mann, der muss, man muss zu dem hingehen, den klar machen, dass es so nicht geht. Er muss arbeiten. Er muss dafür was tun. Dann darf er hoffen auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Nachdem er diese Grundstück, die Arbeit bearbeitet hat, erst dann. Und wenn er da drin etwas sät, dann erst dann kann er hoffen, dass Allah ihm die Früchte gibt. Genauso wie Bruder. Derjenige, der handelt im Islam, der darf auf die Barmherzigkeit von Allah, von Yawm al-Kiyamah. Aber der, der sitzt und macht, was er will und sündigt die ganze Zeit und hofft auf die Barmherzigkeit Allah, subhanahu wa ta'ala, dies ist die falsche Hoffnung. Das ist, du willst eine Täuschung von wem? Vom Schaitan. Das ist eine Täuschung vom Schaitan. Dann, wenn du am Sterben liegst, du wirst erkennen, dass du falsch gedacht hast. Du wirst erkennen, dass diese Hoffnung falsch war.